Wie funktioniert ein Geothermiekraftwerk? Geothermiekraftwerke nutzen die Wärme aus dem Inneren der Erde und wandeln sie in Strom- oder Fernwärme zum Heizen um. Die Fachleute unterscheiden zwischen oberflächennah und tiefer Geothermie. Bei der oberflächennahen Geothermie wird die Wärme unmittelbar zum Heizen von Häusern genutzt. Wird die Wärme aus über 400 Metern Tiefe genutzt, spricht man von tiefer Geothermie. Aber woher kommt die Wärme aus dem Inneren der Erde? Die Wärme wird grundsätzlich aus zwei Quellen gespeist. Zum einen aus der Restwärme, aus der Entstehung der Erde. Zum anderen aus der Wärme, die bei dem Zerfall radioaktiver Stoffe wie Uran, Thorium und Kalium entsteht, die natürlicherweise im Erdmantel und der Erdkruste vorkommen. Wie nutzen Geothermiekraftwerke die Wärme aus dem Inneren der Erde? Das Prinzip ist einfach. Über eine Bohrung bis zu einer Tiefe von 4 Kilometern werden unterirdische Thermalwässer, sogenannte Reservare, angezapft. Da das Wasser in der Tiefe unter großem Druck steht, kann es Temperaturen von über 100 Grad Celsius erreichen. Dann reicht die im Wasser enthaltene Energie aus, um in der Geothermieanlage sogar Strom zu erzeugen. Pumpen befördern das bis zu 160 Grad Celsius heiße Wasser in die oberirdischen Bereiche des Kraftwerks. Dort durchläuft das Wasser einen Wärmetauscher. Im Wärmetauscher wird die Wärme aus dem Reservoir auf ein sogenanntes Arbeitsmedium übertragen. Als Arbeitsmedium werden dabei Stoffe verwendet, die einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser haben und deshalb schneller verdampfen, wie zum Beispiel organische Lösungsmittel oder Ammoniak. Der entstehende Dampf treibt schließlich über eine Turbine einen Stromgenerator an. Strom wird gewonnen und kann in das Stromnetz eingespeist werden. Nachdem das Wasser den Wärmetauscher durchlaufen hat, ist es auf etwa 80 Grad Celsius abgekühlt. Die Restenergie des Wassers kann zum Beispiel für Fernwärmeheizungen oder andere Prozesse wie die Trocknung von Materialien genutzt werden. Mit etwa 60 bis 70 Grad Celsius verlässt das Wasser dann das Kraftwerk und wird zurück ins Erdreich geleitet. Auch wenn das Prinzip der Geothermie einfach ist, steckt jede Menge Wissen und Technik hinter der Nutzung von Erdwärme. Die eingesetzte Technik muss mit den extremen Bedingungen in vier Kilometern Tiefe zurechtkommen. Dort sind die Rohre und andere Anlagenteile unter anderem extremem Druck und Hitze ausgesetzt. Damit die Anlage trotz dieser hohen Anforderungen Strom gewinnt, muss sie ständig gut überwacht werden. Das gleiche gilt für das Thermalreservoir, das trotz des menschlichen Eingriffs weiterhin intakt bleiben soll. In Island sind die geologischen Bedingungen so günstig, dass 25 Prozent des Stroms über Geothermie gewonnen werden kann. Zusätzlich heizen 90 Prozent der Haushalte mit Erdwärme. Auch in einigen Gegenden Deutschlands wird die Geothermie zur Stromgewinnung bereits eingesetzt. Das Geothermie-Kraftwerk in Unterhaching bei München produziert jährlich derzeit 10 Gigawattstunden Strom und stellt Heizleistung in Höhe von 88 Gigawattstunden zur Verfügung. In Deutschland steckt die tiefe Geothermie zur Stromgewinnung allerdings noch in den Kinderschuhen. In den nächsten Jahren sind deshalb noch größere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig, um das Potenzial dieser regenerativen Energieform für Deutschland auszuloten und zu erschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017